Alles was zählt. AWZ. Vorschau. Donnerstag 9. Februar 2023. Folge 4131 Simone hält Laila und Chiara hin. Bekommt Jenny Informationen über Axel? Simone versucht, Chiara und Laila hinzuhalten und Dennis gemeinsam mit Justus zum Bleiben zu überreden. Wird sie es schaffen? Jenny will Axels Vertrauen nutzen, um ihn auszuspionieren. Doch so einfach ist Axel nicht zu knacken. Yannick muss mit ansehen, wie Nele jede Hoffnung auf eine Spende genommen wird. Isabelle ist zunehmend irritiert, wie nah ihm Neles Schicksal geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017